Das Szenario passt aus dem Pongau. Sie haben nicht nur Krampusse mit, auch drei Engerl sind da dabei und begrüßen euch. Leute läuten quasi bald die Weihnachtszeit hier ein und wer recht brav ist, der darf vielleicht das eine oder andere Foto mit einem Engerl machen und wer sich nicht anständig verhalten hat, der mag's.